Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIII und dem Beagle. Wir sind ja auf dem Deck des Todes. Anders kann man es nicht definieren. Boah, Leute, guck dich das mal an. Wartet mal. Wenn ich das richtig verstehe, ja, da hinten ist eine Kugel. Ja, die sind mir egal. Ja. Die sind einfach nur ein bisschen frech, aber die machen nicht so viel Schaden. Frech sein ist, äh, wie war das mit dem keinen Schaden? Alles Clashen und Poperschen, ey. Es ist aber mal gut hier jetzt. Nicht so frech hier werden, na? So, jetzt dauert es nicht mehr lang. Fang, du schaffst es noch. Du schaffst es, Fang. Du schaffst es. Du schaffst es. Ich vertraue auf dich. Okay, die erste Kugel von drei war gar nicht so heftig verteidigt, wie ich gedacht habe. Schön. Das sind nämlich die hier. Ich habe mich gerade schon auf der Karte gewundert. Was will die Karte mir sagen, wo diese Kugel sein soll? Bis ich gesehen habe, dass es hier oben noch lang geht. Jetzt müssen wir da runter. Ich glaube, darunter wird es deutlich unangenehmer, an die Kugel zu kommen. Weil es gibt bestimmt Gegner, an denen man ausweichen kann. Und es gibt bestimmt Gegner, an denen man nicht so gut ausweichen kann. Boah. Sag ich doch. Oh, voll reingerannt. Voll reingerannt, ey. Voll reingerannt. You're nothing. Lightning sagt das nicht so, dass you're nothing. Das ist schlimm. Weil das nehmen die Bewortwörtliche und wollen ihr dann das Gegenteil beweisen. Und ich bin die Gearschte. Oder hat Fang das gesagt? Nee, das klang nach einem Lightning-Satz. Lightning ist die Eiskalte hier. Nein! Jetzt fliegt. Ich fliege. Paradigmenwechsel. So, und jetzt ab an die Drohne. Ich bin an einer vorbei gerannt, an einer Kugel. Oh nein! Ich bin so froh, dass ich die Karte, diese Minimap im Lösungsbuch habe. Mal davon ab, dass es manchmal auch einfach sinnvoll ist. Bei den älteren Teilen von Final Fantasy, also noch älter als 13. Noch mehr als bei, ähm, 13. Aber manchmal ist, obwohl das so ein lineares Spiel ist, die Fläche so unübersichtlich, dass du nicht alle kurzen, äh, siehst. Und wenn du dann so eine Gegnermassen hast, bist du über jeden Weg, den du dir sparsst, einfach richtig dankbar. Muss ich genau so sagen, ne? New Strategy! New Strategy, sagt sie dann. New Strategy. Dann hol mal raus zur New Strategy. Wenn Hope mal seinen Job machen würde, dann, äh, wäre es eine New Strategy. Ja, genau. Immer rein, immer rein. Immer rein ins gute Stübchen. Bis er nicht mehr lachen kann. Und immer schön in der Luft halten. Sehr gut. Nein! Ah! Ich will noch nicht. Ich will noch ein bisschen Schaden reinkloppen, bevor es wieder in die nächste Runde aushalten geht. Weil gleich muss ich definitiv in die, ähm, ins Paradigma, ähm, Heilung. Aber noch nicht. Noch nicht. Easy. Nee, komm, Lightning, nicht so easy. Lightning mit ihrer großen Klappe, ne? Ich höre sie, wie komm ich da rein? Nein, ohne Witz, wie komm ich da rein? Da hinten. Ich geh mal, komm mal, mal kurz. Nein, halt die Frisse. Ähm. Ich bin, glaub ich, ich bin am falschen, auf der falschen Seite, dich blöde ich. Die Idee war gut, die Umsetzung nicht. Easy going, Kumpel, easy going. Ich bin schon weg, ich bin schon weg. So, jetzt nochmal. Wow. Wow, wow, wow. Bitte hier nicht. Äh, Fang, wie bist du da hochge... Egal. So, zweite Kugel war eigentlich auch okay. 300 Deal, ey. Ich sollte da nicht reinrennen, hab ich das Gefühl. Jetzt generell, wenn da was mit Feuer ist, eventuell einfach nicht reinspringen. So, jetzt hinten ins Eck muss ich. Ganz hinten ins Eck. Das Eck da hinten. Genau dieses Eck da. Alter, guckt euch die aggressiven Flugidioten da mal an. Tschüss. Ey. Guckt sie euch an, wie die Derpsys, ey. Ich sollte vielleicht direkt auf die Front wechseln. Einfach nur, weil... Das sind viele Gegner. Ja, komm. Vor allem die Streuraketen, ja? Hopp, schaffst du's noch? Oder bin ich schon zu spät dran gewissen? Man weiß es nicht, man mukelt auch. Scheiße. Nein! Ich wollte gerade sagen, bitte Lightning einmal heilen. Hydroschlag? Warum denn Hydroschlag? So, Feuer. Okay, den werde ich los. Prima. Thanks. Haupt, schaffst du's noch, uns zu heilen? Oder ist das nicht so... ...dein Ding? Man muss aber sagen, dass Final Fantasy 13 aufnehmen sehr gnädig ist, weil im Grunde mach ich wirklich nicht viel beim rundenbasierten Kämpfen, außer, äh, zwischendurch mal mein Paradigma zu wechseln und zu gucken, was die Schwachstellen sind und ansonsten Story genießen. Da gibt's Spiele, die stressen mich beim Aufnehmen. Wie Project Zero, 4, beim Aufnehmen deutlich mehr. Ich musste nur jetzt sehr lange nicht mehr aufnehmen. Aber ich denk mal, ich werd jetzt jetzt dabei bladen... Was? Ach so, ich hab einfach was benutzt, wogegen er die Moon war, glaub ich, ne? Ja. War meine Schuld. Ja, nee. Halt mir erst mal Lightning wieder voll, dann können wir drüber nachdenken zu wechseln. Na komm. So schwer ist das nicht? Das könnte klappen. Sie müssten alle hoch genug geheilt sein. Ich wollte gerade sagen, bitte einmal in die Luft befördern. Oh nein. Ja. Ich glaub, wir haben jetzt leider so einen Rhythmus drin, dass der es jetzt immer wieder schaffen wird, wenn ich Pech hab. Aber nur, wenn ich Pech hab. Ich hatte Glück. Oh, komm, ihr aggro-aggressiven kleinen Bienchen. Dann kommt her. Ja. Na, jetzt ist ja aber genug, ne? Easy going, Kumpels! Easy going! Oh, Lightning sieht nicht gut aus. Ähm, Hope. Hope. Hope! Kannst du bitte mal Lightning? Ich wollte gerade sagen, wenn Lightning tot ist, was ist das, Hope? Oh, ich kann nicht wieder beleben. Oh, äh, Lightning nicht. Thank you. Na komm, so schwer sind die doch eigentlich auch gar nicht zu regeln. Ich wundere mich. Ist da was? Heute ist der 8.10. Leute. Und ich bereite mich ja gerade darauf vor, dass das große Spider-Man-Woche... Das große. Ich habe ja jetzt für die nächsten zwei Monate freitags frei. Warum das so ist, ist es nicht wichtig, habe ich aber. Ähm, und ich habe jetzt schon von Saturn die Mitteilung bekommen, dass das vermutlich sogar morgen schon am Donnerstag kommt. Das heißt, ich kann euch ganz gechillt, wenn ihr das seht, wird es schon längst passiert sein, aber ich kann Donnerstag dann ganz gechillt die ersten zwei, drei Parts aufnehmen. Ich kriege von mir immer überlänge Parts von den Spielen, die ich starte. Den neuen. Für 14 Uhr machen. Ohne Gedränge und dann einfach Freitag voll durchzuchten. Samstag kommt ein Kumpel vorbei und hilft mir Esszimmerstühle aufbauen. Ey, ohne Scheiß. Wir haben, also, wir haben ja eine Gemeinschaftsküche hier, meine Familie und ich. Ich habe es ja, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Wir sind ein Mehrgenerationshaushalt. Und ich habe für mich halt einfach so ein kleines Dings bei mir und für alles andere gehe ich in die große Küche. Und da haben wir halt auch den großen Tisch, so einen zweiten Meter Tisch, damit wir große Familiensachen machen können und, und, und. Und wir hatten damals von unserem Vermieter diesen Tisch und die Stühle bekommen, weil er hatte die wohl aus einem anderen Haus und brauchte die nicht mehr und hatte gedacht, wenn ich schon eine 155 Quadratmeter Wohnung anbiete, dann ist vielleicht... Ach komm, ehrlich? Ihr würdet mich doch trollen, oder? Ja, nee. Um das zu Ende zu führen, packe ich da den Tisch und die Stühle mit rein, dann nimmt derjenige die Wohnung bestimmt viel eher. Ich kann euch verraten, es waren nicht der Tisch und die Stühle, die ausschlaggebend für uns für die Wohnung waren, sondern die Tatsache, dass das 155 Quadratmeter sind. Und man das eben sehr gut in zwei Wohnungen splitten konnte. Gut. Jetzt nach drei Jahren, drei, ja doch, fast vier Jahren jetzt, sind diese Stühle sehr... Nee, dreieinhalb Jahre, so. Sind die Stühle sehr, sehr abgeranzt, weil das Kunstleder war und das ist voll abgeschliffen. Und da hatte meine Mutter dann gesagt, so ich, ja, ich möchte gerne neue Stühle. Und ich so, ja, aber denk bitte dran, Nebenkostenabrechnung kommt halt auch noch dazu. Und wenn du halt so eine große Wohnung hast, selbst wenn du die gemeinschaftlich hast und da zwei Gehälter reinfließen, können die Nebenkostenabrechnungen bei so einer großen Wohnung schon mal ein bisschen mies werden. Gerade jetzt, wo es halt im letzten Jahr so teuer war. Das heißt, wir werden dieses Jahr quasi die Quittung für letztes Jahr kriegen. Wir werden... Wir sind gespannt. Ähm. Und sie meint, und ich hab ja auch sehr immer noch gesehen, selbst wenn, es ist halt deine Küche. Ich benutze sie nur manchmal mit und... Oder wir essen halt gemeinsam und ich komme zu euch halt aus meinem Teil der Wohnung. So, ja, nee, aber trotzdem, sie wollte halt, dass mir das auch alles gefällt. Da ist meine Mutter ja immer ein bisschen eigenwillig. Finde ich eigentlich auch super lieb. Sie kann ja auch immer noch sagen, ist mir doch scheißegal, dass du manchmal hier in der Küche bist und gut ist. Nee, sie wollte halt, dass uns das allen gefällt. Weil sie sagt, ich bin oft genug in der Küche, als dass ich da ja auch drauf sitzen muss. Und dann sind wir halt, ne? Ich hab gesagt, gut, aber nicht blind bestellen, sondern ein Möbelhaus. Wir waren dann im Möbelhaus, und ich hab Instant-Stühle gefunden. Es waren natürlich die teuersten im Geschäft. Der Biegel hat da einen Griff für. Jetzt sind die hier. Wir hatten noch Glück, ne? Es gab Rabattprozente wegen Feiertags, Gedönse und so. Jetzt sind die hier. Ich hab versucht, den ersten aufzubauen. Die Sitzfläche und die Lehne hinten. Keine Chance alleine. Keine Chance. Meine Mutter konnte mir leider nicht helfen, weil die kann sich wegen ihrem Rücken null Komma gar nichts bewegen. Das ist ja einer der Gründe, warum wir uns für eine Gemeinschaftssache entschieden haben. Weil meine Eltern einfach mehr Aufwendung brauchen. Beide. Und, ähm, sie konnte mir also null Komma gar nichts mit diesen Stühlen helfen. Sie hat's einmal versucht. Ich hab sie fast gar nicht mehr vom Boden hochgekriegt, wegen der arme Frau. Und dann hab ich gesagt, ey, komm, ich brauch irgendjemand, der mir hilft. Und jetzt kommt derjenige Samstag vorbei und rettet uns den Arsch. Ich hab pausiert, weil hier jetzt eine Zwischensequenz anfängt. Aber das war wieder so ein Running Gag, super einfach zusammenzubauen. Hab ich gemerkt. Kann ich jetzt nicht sagen, Leute. Kann ich nicht sagen. Was ist das? Warum hast du gedacht, das macht uns glücklich? Weil, wenn wir ihn töten, sind wir einen Schritt näher zu Vanille. Wie ist das? Na, wenn du es so sagen möchtest, dann klingt's gut, ne? Das muss ich bestimmt erst mal analysieren. Was bist du denn? Ich weiß nicht, was es ist, aber... Au! Wenn du einmal zögerst, das ist ja... Ich wollte Kalwinka-Jabo. Okay. Kalwinka-Jabo. Hat einfach gar keine Schwäche. Nee. Okay, dann ist das so. Dann hat der halt keine Schwäche. Das Problem ist nämlich, wenn ich diese Sitze an die Lehne dran machen möchte, dann ist eine Schraube fest und wenn die nur leicht verrutscht und die andere Schraube noch nicht drin ist, dann rutscht die andere Schraube wieder raus. Ey, Leute, das ist... Das ist Qual. Also, der Ragequid-Beagle war real. Und das im Alltag. Ich hab nicht gezockt oder so. Möbel aufbauen sorgt aber auch schnell dafür, dass der Ragequid-Beagle voll real ist, wenn ich ehrlich bin. Je nachdem, was das für Möbel sind, ist es auch einfach oft... Oh, wen hat's jetzt hier erwischt? Noch niemanden, noch niemanden. Wenn du so nett... Das soll ein Boss sein? Also, ich find den angenehmer als die anderen Gegner, die wir bis jetzt hatten, ehrlicherweise. Noch, noch ist die Betonung. Kannst du bitte einmal dein Augenmerk auf Lightning setzen? Bitte. Ja, aber komm, bei der ersten Schockwelle direkt. Ich will den noch einmal mit... Was hat sie denn jetzt gemacht? I don't know. Das ist die Attacke, die so weh tut. Aber er hat ja Blitze und er benutzt sie nicht. Die würden deutlich mehr weh tun. Oh, ich will's gar nicht wissen. Nicht, dass der damit anfängt, Leute. Äh, ja. So viel dazu. Au. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es dann, äh... Mit jemandem, der ein bisschen versierter ist, im Möbel aufbauen und auch mehr Kraft hat, ähm... einfacher wird. Weil ich muss sechs Stück von den Dingern aufgebaut bekommen. Wir mussten ja für einen 2-Meter-Tisch sechs Stühle besorgen, ne? Und ich würde schon gern bald mal auf den neuen Stühlen sitzen. Wir haben die jetzt seit einer Woche hier. Erst war die Freude vollgroß so, oh ja, wir haben die neuen Stühle und dann irgendwie nicht mehr. Das Ding ist, wir haben es vor allem halt auch online gemacht, aber wir haben halt nicht gecheckt, dass man online halt keinen Aufbauservice mitbuchen kann. Sonst hätten wir direkt einfach gesagt, scheiß der Hund drauf. Wir haben für die Stühle schon so viel bezahlt, wir hätten auch einen Aufbauservice mit dazu nehmen können. Nachträglich geht das auch nicht. Ich blende mich mal kurz aus. Und tschüss. Nachträglich geht das auch nicht. Ich bin so glücklich, dass ich schreien kann. Noch einer? Tass uns, will ya? Komm hier runter! Komm hier runter! Umarmt ihr euch denn gar nicht, wenn ihr so gute Freunde seid? Da seid ihr. Missst mich? Du, der Monster! Jetzt kriege ich den einfach noch mehr serviert? Okay. Ist das der gleiche? Ja, das ist der gleiche, Leute, das ist der gleiche. Aua, ja, hat mir direkt aufs Maul gegeben. Er wollte mir demonstrieren. Ja, ich bin der gleiche, ich tue aber trotzdem weh. Ah, aber wird gut. Und ich habe meiner Mutter halt auch versprochen, dass ich das schaue, noch bevor ihr Geburtstag ist. Sie hat halt am 28. Oktober gewusst. Man sollte den Mund manchmal nicht so voll nehmen. Ich hoffe, dass das jetzt Samstag einfach nur alles glatt läuft, wo gut ist. Aber ja, voll Private Talk vom Wiegel, das Drama des Möbelaufbaus. Leute, und ich habe schon, ich habe in dieser Wohnung fast alle Möbel, sogar meinen Kleiderschrank, meinen alten. Und dann habe ich ab und auf, ähm, auf und ab gebaut, alleine. Und scheitere an diesen Stühlen. Das ist, da fängt man echt an zu zweifeln. Ähm, ich bin sonst, sonst so jemand, ich bin unglaublich gut im Selfmade-Kram gedöhnt. Ich habe meine Vorhänge und, und, und alles selbst gemacht. Ich habe gebohrt, was ging. Okay, bei manchen Sachen hier, wir haben so Döveree-Gipswände. Und da brauchst du spezielle Schrauben, sonst rutschen dir die Schrauben wieder raus. Und er hat gesagt, du brauchst spezielle Dübel, sonst rutschen dir die Dübel wieder raus. Und, äh, die habe ich tatsächlich nicht reingekriegt, weil man dafür Kraft braucht. Und die Kraft habe ich schlicht und ergreifend tatsächlich nicht gehabt. Da hat auch schon ein besagter Mensch mir geholfen, die Regale an der Wand zu kriegen, was macht es. Oh, du bist tot. Das ist schlecht. Aber wird schon. Sag mal, nee, Feuer ist normal. Ich wollte gerade sagen, was dauert das alles so lange? Oh, der ist irgendwie ein bisschen barboischer drauf als der andere, ne? Er wollte sagen, du hast meinen Bruder getötet. Jetzt zeige ich dir mal, wo die Pelle hängt, ne? Das war seine Antwort da drauf. Was passiert, wenn man seinem Bruder was tut? Ja nun, ich kann ihn sogar ein bisschen verstehen. Kann er jetzt endlich mal in Schockzustand fallen? Verdammte Scheiße nochmal. Und, könnt ihr euch vorstellen, wie frustrierend das ist, wenn ihr eure Vorhänge selbst angebracht habt, 90% eurer Möbel selbst aufgebaut habt? Also, den neuen Möbel, nicht die Möbel, die die Möbelparker damals gemacht haben, die nicht. Aber die neuen Möbel habe ich halt alle, ähm, weitestgehend alle aufgebaut. Ist auch mein Sideboard, da brauchte ich auch Hilfe. Das war echt abstoßend, wo meine Sailor und Problikas draufstehen. Den wollte ich gebührend zelebrieren, wie ein Altar. Und deswegen haben sie ein eigenes Sideboard gekriegt. Und ich brauchte Stauron im Büro. Da sind nämlich viele Schubladen und Schränke dran an diesem Sideboard. Oh Gott. Kannst du auch was anderes als Ruinen machen? Oder liegt das daran, dass der, äh, in der Luft ist? Aber ja, sonst habe ich hier echt alles alleine aufgebaut. Mein, mein Tisch habe ich alleine aufgebaut. Billy-Regale baut man sowieso aus dem FF auf, muss man auch nur sagen. Wenn Billy... Ohne es jetzt böse zu meinen, aber wenn Billy-Regale nicht aufgebaut bekommt. Und ich meine jetzt nicht, dass man vielleicht mal mit einem Nagel daneben langt... Wo es schon wieder tut. Dass man mit einem, ähm, Nagel mal daneben langt. Das kann passieren. Und schneller als ein Liebes. Aber wer ein Billy-Regal nicht aufgebaut bekommt... Keine Ahnung. Das sind für mich mit Abstand die leichtesten Schränke, die ich je in meinem Leben aufgebaut habe. Außer, ich kaufe ja eigentlich nichts von Poco. Aber die haben so Würfelregale. So, so... Das sind mit vier Kästen drin quasi. So ein Würfelregal mit vier Fächern. Hier sind noch einfacher zusammenzubauen. Dann, ähm, ja. Schreibtischstühle, alles aufgebaut. Und dann schaltere ich an Esszimmerstühlen. Das war... Das war gemein, Gott. Das war niederschmetternd. Oh, ich habe Angst, dass es überhaupt nicht schnell genug ist. Weil sterben habe ich keine Lust. Der ist superatmossiv. Junge, komm mal wieder runter. Er will sich meine Stuhlgeschichte nicht mehr anhören. Das ist sein Problem. Ist ja in Ordnung. Ich höre ja schon auf. Thanks. Er ist so gut wie tot. Er ist so gut wie tot. Ich habe ihn mit meiner Stuhlgeschichte einfach zu Tode gestuhlt. Okay, vergesst es. Mit tun so, als hätte ich das jetzt nicht gesagt. Okay? Ja, null Sterne am Arsch. Ach, war verknockt. Jetzt umarmen sie sich endlich. Ach, war's. Ach, war's. Ach, war's. Du hast noch Zeit. Du hast noch Zeit. Es ist... Es ist etwas, ich muss dir sagen. Das macht mich so schrecklich. Wir sprechen später, Missy. Was ist falsch? Oh, nichts. Nichts. So, was ist auf der Ebene? Toppling das Sanctum? Nein, ich meine, wirklich. Er ist ernsthaft. Wir nehmen die Sanctum und geben die Menschen zurück. Die Falsi haben die Schmerzen für lange genug. Wenn wir das ausziehen, wird es ein Miracle sein. Na, gut, dass Lady Luck auf unsere Seite ist. Mehr von ihnen? Das ist echt alt. Check das aus. Miracle. Grandpa-Style. Benil, go fish. Got it! Was? Go fish? Was ist das überhaupt für eine Waffe, Leute? Das ist... Ich check die immer noch nicht. Fang! Das ist eine gute Frau. All right! Let's get on! Was für eine creepy Eule. Es war, glaube ich, eine elektrische Eule. Das klingt krank. Ich muss noch nicht mehr. Ich schärfe das in der Nähe. Die Frau. Was ist das für eine gute Frau? Wir sind hier. Sie sind hier. Ich bin hier. Was ist das für eine Frau? Elex aus Silent Hill geflogen, wer ist das? Jump! Ich hatte meine Gefühle. Aber ich glaube auch, dass wenn wir zusammengehalten sind, dass wir irgendwie ändern können. Ich habe meine Gefühle. Diezle ist durch da. Wir werden noch immer noch die Gefühle machen. Also wir werden das erst überleben, ja? Genau. Da sind sie vereint. So, aber diesen Raum. Unter dem Menüpunkt Kampfmitglieder lassen sich von nun an im Menü die an einem Kampf teilnehmenden Kampfmitglieder und ihre Anführer auswählen. Wird die Auswahl der Kampfmitglieder geändert, so gehen die festgelegten Paradigmen verloren. Neue Paradigmen können mit manuell oder automatisch erstellt werden. Okay, mit wem bin ich denn jetzt im Moment im Team? Im Team? Äh... Immer noch mit dem Gleichen, mit dem bleibe ich auch. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Geht's jetzt weiter? Äh... 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 Geht's nicht. Tja... Na gut. Ihr Lieben, ich mach hier einen Cut rein. Nächstes Mal schauen wir uns das genauer an. Weil hier sind überall Kugels, an die ich auch gerne ran möchte. Aber der Raum hat irgendwas interessantes, muss ich sagen. Aber jetzt bin ich ja mit genau den richtigen Leuten unterwegs, egal welche Gegner kommen. Also passt das schon. Och Gott, Leute. Ich muss euch das einfach mal kurz zeigen. Bei mir ist das eingezeichnet. Ops, das war mein Zettel. Dieser Raum so... Mit diesen Kugeln und alles. Ich hab null Teil, was die mir mit diesen Kugeln sagen wollen. Sehen wir nächstes Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.